Zellen in Excel werden immer mit dem Namen der Spalte, also den Buchstaben, und der Nummer der Reihe referenziert. So haben wir hier zum Beispiel unsere Zelle A1 ausgewählt. Wenn ich Zellen also zum Beispiel in Funktionen referenziere, ich mache mal einen Doppelklick auf meine Summe-Funktion hier unten, dann sehen wir, dass wir hier einfach mit den entsprechenden Zellennamen den Bereich referenziert haben. Es gibt allerdings in Excel zwei grundlegend unterschiedliche Ansätze, wenn es darum geht, Zellen zu referenzieren. Und das sind relative Zellreferenzen und absolute Zellreferenzen. Die Zellreferenzen, die standardmäßig genommen werden, wenn ich einfach nur den Namen einer Zelle eingebe, also zum Beispiel B4, sind relative Zellreferenzen. Was bedeutet das? Es ist eigentlich relativ einfach an einem Beispiel erklärt. Wir sehen, dass wir hier die Summe von B4 bis 84 in unserer Zelle haben. Jetzt kann es ja sein, ich möchte hier einfach dieselbe Summe berechnen, also in diesem Fall von C4 bis C8. Und alles, was ich dafür tun muss, ist entweder wieder eine Summe-Funktion hier unten hinschreiben, oder ich kann einfach meine Summe-Funktion von hier vorne nehmen, kopieren und hier drüben wieder einfügen. Wenn ich das also mache, ich wähle einfach einmal meine Zelle aus und kann entweder mit einem Rechtsklick das Ganze kopieren oder eben das Tastaturkürzel STRG C benutzen. Sobald ich das mache, wird das Ganze so mit diesem animierten Rand dargestellt, dass ich also sehe, ich habe das aktuell kopiert. Und jetzt kann ich das Ganze in der nächsten Zelle hier entweder auch wieder mit einem Rechtsklick einfügen oder ich benutze das Tastaturkürzel STRG V. Wenn ich das mache und die ESC-Taste einmal drücke, dann sehe ich jetzt hier, dass wir die Summe eingefügt haben und wir haben auch einen anderen Wert als in unserer ersten Zelle. Wir haben hier 1870, das ist die Summe dieser Zahlen. Wenn ich nochmal einen Doppelklick mache, wird mir das auch dementsprechend dargestellt. Ich drücke einmal ESC und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache, dann sehe ich, hier haben wir die Summe aus diesen Zahlen. Und die Summe wurde automatisch von den Werten her, also von den Argumenten, an C4 bis C8 angepasst. Im Vergleich zu, wenn wir uns das hier vorne nochmal anschauen, B4 bis B8. Das liegt, wie gesagt, an diesen relativen Zellreferenzen. Denn alles, was Excel hier sieht, also bei B4 bis B8, ist im Prinzip nicht die Aussage genau diese Zellen, B4 bis B8, sondern im Prinzip die fünf Zellen, die über der aktuell ausgewählten Zelle stehen. Das ist, was Excel hier mit dieser relativen Zellreferenz interpretiert. Und dementsprechend, wenn wir das eine Zelle weiter rechts einfügen, schaut Excel einfach wieder nur, okay, was sind die fünf Zellen, die darüber sind? Und diese nehme ich für die Summe an. Genauso kann ich das jetzt natürlich nochmal kopieren mit STRG-C und mit STRG-V hier hinten einfügen und dann bekommen wir wieder das korrechte Ergebnis. Denn Excel schaut jetzt auch hier in dieser Zelle D9, okay, was sind die fünf Zellen, die direkt über dieser Zelle stehen? Und diese nehme ich für meine Summe. Das funktioniert genauso für unsere Summen in die andere Richtung. Ich sehe ja hier, dass ich zum Beispiel die Summe B4 bis D4 eigentlich habe. Wenn ich das nochmal anklicke, sehen wir das auch hervorgehoben. Ich kann das Ganze mit STRG-C kopieren und mit STRG-V darunter einfügen und dann bekomme ich, wenn ich einen Doppelklick mache, die Summe von B5 bis D5. Denn das Ganze wird von Excel auch hier als relative Zellreferenz gedeutet. In diesem Fall natürlich, machen wir einmal einen Doppelklick hier oben, einfach nur, nimm die drei Zellen links von dieser aktuellen Zelle. Und das ist in diesem Fall dann eine Reihe darunter, eben diese drei Zellen. Das kann ich bis hier unten noch durchkopieren. Also ich wähle wieder eine Zelle aus, drücke STRG-C und dann kann ich einfach neben jeder weiteren Reihe einmal STRG-V drücken und das Ganze wird mir immer korrekt eingefügt. Wenn wir einmal durchschauen, dann sehen wir, dass wir, egal was wir hier doppelklicken, immer die drei Zellen links von der aktuell ausgewählten Zelle mit der Summe haben. Und das ist, wie relative Zellreferenzen in Excel funktionieren. Diese sind wie gesagt der Standard, da sie in sehr vielen Fällen, wie in diesem hier, einfach extrem nützlich sind. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir eine absolute Zellreferenz brauchen und also sagen wollen, okay, ich möchte das Ganze nicht abhängig von der aktuellen Zelle haben, sondern ich möchte einfach festlegen, dass immer genau diese Zelle angenommen wird. Und dazu schauen wir uns kurz ein einfaches Beispiel an. Und zwar möchte ich hier eine weitere Reihe erstellen und diese nenne ich jetzt einfach einmal Prozent. Das, was ich in dieser Reihe jetzt darstellen möchte, mit diesen drei Zellen hier, ist jeweils, wie viel die Gesamtkosten dieses Monats prozentuell gesehen an den Gesamtkosten über alle drei Monate hinweg ausgemacht haben. Und dazu kann ich ja eigentlich erst einmal eine ganz einfache Formel verwenden. Für die Formel starten wir wieder mit dem Gleichzeichen und jetzt muss ich eingeben, was ich hier berechnen möchte. Was ich tun möchte, um diesen Prozentsatz zu berechnen, ist einfach nur die Kosten dieses Monats annehmen und das Ganze möchte ich dann teilen durch meine Gesamtkosten. Ich kann dazu einfach die jeweiligen Zellen auswählen und dann wird das für mich hier eingetragen, also B9 geteilt durch E9. Und das Ganze multipliziere ich mit dem Sternchen-Symbol einmal mit 100. Wenn ich das jetzt mit Enter bestätige, dann sehe ich zum Beispiel für die erste Zelle hier, dass wir mit diesen 1870 34% von 5500 hatten. Jetzt kann ich ja mal hergehen und sagen, ich probiere das Ganze genauso wie für unsere Summen. Ich kopiere das einfach weiter nach rechts. Ich nehme also unsere Zelle, wo die Formel schon drin steht, drücke einmal STRG-C, um das zu kopieren, wähle meine nächste Zelle aus, drücke STRG-V, um das einzufügen und jetzt sehe ich schon, das hat nicht funktioniert. Denn statt irgendeinem sinnvollen Wert bekommen wir jetzt hier diesen Fehler angezeigt oder diese komische Nachricht, die einfach nur heißt Straute, div, Schrägstrich 0, Ausrufezeichen. Sieht jetzt auf den ersten Blick, ist dann mal ziemlich verwirrend und konfus aus. Alles, was dieser Fehler in Excel allerdings bedeutet, ist, wir haben hier versucht, etwas durch 0 zu teilen. Und genauso wenig, wie das in der Mathematik erlaubt ist, ist das auch in Excel natürlich nicht erlaubt. Denn wir können nichts durch 0 teilen. Man kann ja nichts durch nichts teilen. Wenn ich jetzt hier einmal einen Doppelklick auf meiner Zelle mache, dann fällt uns auch direkt auf, wo das Problem liegt. Denn wir sehen, wir haben hier C9, also eigentlich genau das, was wir machen wollen. Wir wollen das durch unseren Gesamtumsatz teilen. Statt unserem Gesamtumsatz haben wir jetzt hier allerdings die leere Zelle F9 ausgewählt. Und da steht nichts drin. Das ist also von Excel als 0 interpretiert. Und dementsprechend bekommen wir den Fehler geteilt durch 0. Das liegt daran, dass die relative Zellreferenz hier jetzt keinen Sinn macht. Wenn wir uns nochmal unser erstes Beispiel anschauen, wo das funktioniert hat, sehen wir, mit B9 und E9 einfach haben wir die Standard-Zellreferenz, die relativ ist, von Excel verwendet. B9 bedeutet einfach nur die Zelle über der aktuell ausgewählten Zelle und E9 bedeutet die Zelle 1 nach oben und 1, 2, 3 nach rechts. In diesem Fall funktioniert das wunderbar. Aber in unserem zweiten Fall machen wir genau das Gleiche. Also ich möchte die Zelle 1 nach oben nehmen und das Ganze möchte ich teilen durch die Zelle 1 nach oben und 1, 2, 3 nach rechts. Und hier haben wir eben einfach nichts drin stehen. Das würde genauso laufen, wenn ich das jetzt noch einmal kopiere und eine Zelle weiter rechts einfüge, dann bekommen wir genau denselben Fehler. Wir gehen eine Zelle nach oben, sagen also, das möchte ich teilen durch 1 nach oben und 1, 2, 3 nach rechts. Und hier habe ich natürlich wieder nichts und ich bekomme denselben Fehler. Das funktioniert so also überhaupt nicht. Und dementsprechend entferne ich diese beiden Rechnungen nochmal und wir müssen uns jetzt hier in unserer ersten Formel anschauen, wie können wir das Ganze irgendwie beheben. Die Zelle B9 wird hier relativ referenziert. Und das ist auch richtig so, das wollen wir auch für alle weiteren so machen. Dass wir immer die Kosten des jeweiligen Monats als Ausgangspunkt nehmen. Und das wollen wir dann aber immer durch genau die Zelle E9 teilen. Und hier wollen wir nichts Relatives haben, sondern ich möchte wirklich absolut sagen, immer die Zelle E9. Eine Zellreferenz absolut machen, kann ich in Excel, indem ich Dollarzeichen verwende. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich euch jetzt hier in der Spalte G und H einmal kurz einblende. Im Prinzip müssen wir Dollarzeichen bei unserer Zellreferenz verwenden. Und dafür gibt es drei Möglichkeiten. Ich kann entweder sowohl für die Spalte als auch vor die Reihe ein Dollarzeichen schreiben. Und dann fixiere ich Spalte und Reihe. Möchte also sagen, ich möchte immer genau diese Zelle referenzieren. Alternativ kann ich das Dollarzeichen nur vor die Spalte schreiben. In diesem Fall sage ich, ich möchte immer in dieser Spalte bleiben. Wenn sich das Ganze nach oben oder nach unten bewegt in den Reihen, dann kann das allerdings flexibel bleiben. Und als letzte Möglichkeit, analog dazu, kann ich die Reihe fixieren. Sage also, ich möchte immer in der aktuellen Reihe bleiben. Das Ganze soll sich nicht nach oben oder nach unten verschieben, aber die Spalte darf sich verändern. Wir wollen jetzt zunächst einmal unser Beispiel hier anschauen, wo wir das Ganze einfach nur mit der Spalte fixieren müssen. Und dann sehen wir uns noch die anderen beiden Beispiele an. In unserem Fall sehe ich ja, okay, ich habe hier dieses Gesamtergebnis, durch das ich teilen möchte. Und das soll immer die Zelle E9 sein. Wir können aber immer eins nach oben gehen. Das ist kein Problem. Alles, was wir nicht machen dürfen, ist die Spalte E verlassen. Was ich also tun muss, ist die Spalte fixieren. Und das mache ich, indem ich ein Dollarzeichen vor den Spaltennamen, in diesem Fall E schreibe. Ich schreibe jetzt hier also einfach B9 geteilt durch Dollar E9. Und multipliziere das dann wieder mit 100. Das bestätige ich jetzt einmal mit Enter. Und wir sehen, dass wir hier zunächst einmal gar kein anderes Ergebnis bekommen. Jetzt kann ich das Ganze wieder kopieren und hier einfügen und auch hier einfügen. Und wir sehen, wir bekommen keine Fehler mehr. Wenn ich jetzt einfach mal einen Doppelklick auf die entsprechenden Zellen mache, dann sehe ich, okay, wir gehen hier für C9 einfach wieder eins nach oben. Für E9, da wir die Spalte fixiert haben, gehen wir aber einfach eins nach oben. Und wir wollen trotzdem immer in der Spalte E bleiben. Wir bekommen dementsprechend das richtige Ergebnis. Genauso, wenn ich hier einen Doppelklick mache. Wir gehen eins nach oben, aber wir haben die Spalte E fixiert und bleiben dementsprechend genau bei diesem Ergebnis. Das ist also eine Anwendung, bei der wir eben die Spalte fixiert haben. Genauso könnte ich das Ganze prozentuell ja hier für meine unterschiedlichen Posten berechnen. Ich kann also hier auch zum Beispiel nochmal eine Spalte Prozent erstellen und jetzt möchte ich genau dasselbe machen. Ich möchte wissen, wie viel prozentuell macht die Miete an meinen Gesamtkosten aus. Ich kann also wieder hergehen und sagen, ich schreibe mein Gleichzeichen. Ich möchte meine Miete und das Ganze möchte ich jetzt teilen durch die Gesamtkosten und mal 100 nehmen. Jetzt kann ich jetzt schon sagen, okay, diese relative Referenz für den einzelnen Posten ist in Ordnung. Ich kann also einfach immer eins nach links gehen und dort finde ich die Gesamtkosten. Genauso kann ich das hier darunter machen und so weiter. Wenn ich jetzt allerdings in meiner Spalte nach unten wandere, dann möchte ich meine Referenz auf diese 5500 hier auf die Zelle E9 immer gleich behalten. Die Spalte ist in diesem Fall egal, da will immer nur eins nach links gehen. Aber die Reihe 9, das ist, was ich hier fixieren muss. Und dementsprechend muss ich mein Dollarzeichen dieses Mal vor die 9 schreiben. Ich kann also das Dollarzeichen hier angeben und das Ganze dann mit Enter bestätigen und wir bekommen 54,5 Prozent in etwa. Also die Miete macht natürlich in diesem Beispiel mit den größten Teilen aus. Jetzt kann ich hergehen und das Ganze mit STRG-C kopieren und mit STRG-V für meine ganzen anderen Werte hier einfügen. Und egal, wo ich jetzt einen Doppelklick mache, sehe ich, dass wir das Ganze immer korrekt berechnen. Denn wir gehen eins nach links, um unseren Ausgangswert zu haben und das teilen wir dann immer durch die Zelle E9. In diesem Fall war es völlig ausreichend, dass wir eben die Reihe fixiert haben, da wir uns sowieso nur in der Spalte E bewegen. Ein kurzer Hinweis, ich kann natürlich immer mehr fixieren, als ich muss. Das bedeutet, auch wenn wir sowieso uns nur in der Spalte E hier bewegen, kann ich natürlich auch vor das E hier ein Dollarzeichen schreiben. Das wäre in diesem Fall gar nicht notwendig. Wenn ich das mit Enter bestätige, sehe ich aber auch, dass das trotzdem keinen Fehler gibt. Also wir bekommen trotzdem noch dasselbe richtige Ergebnis in diesem Fall natürlich. Auch für unser letztes Beispiel, wenn wir also Spalten und Reihen fixieren müssen, möchten wir uns noch ein Beispiel anschauen. Und dazu möchte ich jetzt einfach mal die bereits errechneten Prozentwerte wieder löschen. Und ich möchte einfach diesen Teil meiner Tabelle hier übernehmen, also die Kosten und die verschiedenen Monate ohne die Gesamtzahlen einmal. Und ich möchte einfach berechnen, wie würde das Ganze aussehen, wenn ich jeweils 10% sparen würde. Also was hätte ich dann hier für Beträge stehen. Und dazu kann ich einfach mal das Ganze hier auswählen. Also ich wähle meine Überschriften zunächst einmal aus, wähle dann mit STRG-C kopieren aus und füge das Ganze ein bisschen weiter unten ein. Zum Beispiel hier in der Reihe 12. Außerdem möchte ich dann noch meine Posten hier auswählen. Nehme das also einmal, drücke STRG-C und dann möchte ich das Ganze hier wieder einfügen. Und ich möchte jetzt hier das Ganze berechnen. Also wie würde das Ganze aussehen, wenn ich jeweils 10% überall sparen würde. Dazu kann ich diese Zelle, in der aktuell noch Gesamt steht, löschen, denn die Gesamtsummen wollen wir jetzt hier einmal gar nicht bilden, sondern ich möchte hier einfach nur 90% eingeben. Warum gebe ich 90% ein? Denn ich möchte jetzt diese 90% von allen meinen Kosten hier oben, hier unten eintragen. Und dazu kann ich zunächst einmal beginnen, indem wir den ersten Posten, nämlich die Miete für Januar 2022 berechnen. Das kann ich tun, indem ich hier ein Gleichzeichen schreibe. Und dann möchte ich einfach meine Zelle oben nehmen. In diesem Fall ist das B4. Und ich möchte das multiplizieren, also mit dem Sternchen-Symbol, mit diesen 90%. Sobald ich das jetzt mit der Enter-Taste bestätige, sehe ich, ich bekomme hier 900. Wenn ich also bei meinen 1000 Euro hier 10% sparen würde, kann man relativ leicht nachrechnen, dann brauche ich noch 900 Euro hier. Aber wie sieht das jetzt wieder aus, wenn ich das Ganze weiter kopieren möchte? Ich kann jetzt einfach mal das mit STRG-C kopieren und für mein Auto hier darunter einfügen. Und dann sehe ich, bekomme ich jetzt hier 0. Zwar kein Fehler, wie bei unseren Prozenten zuvor. Allerdings sehe ich doch relativ deutlich, wenn ich nochmal nach oben schaue. Okay, wir haben hier 180. 90% davon klingt irgendwie nicht, als würde da 0 dabei rauskommen. Wenn ich einen Doppelklick auf die Zelle mache, sehe ich auch genau wieder, was das Problem ist. Wir haben hier 180, das ist korrekt. Aber wir multiplizieren das mit dieser leeren Zelle, die durch den relativen Zellbezug einfach nach unten gerutscht ist. Ich drücke also die ESC-Taste und lösche das nochmal. Und wir schauen uns gleichzeitig das Problem an, was passiert, wenn ich jetzt hier nach rechts gehe. Denn auch hier kann ich natürlich sagen, ich möchte einfach diese Formel nehmen. Drücke einmal STRG-C und kopiere das hier nach rechts. STRG-V. Auch hier sehen wir jetzt, okay, hier wäre die Miete wieder 1000. Es müsste also auch 900 hier drin stehen. Es steht aber wieder 0 drin. Mit einem Doppelklick sehe ich, wo das Problem ist. Die 1000 werden richtig erkannt. Da stimmt die relative Referenz. Aber bei unseren 90% rutschen wir eben auch wieder eins nach rechts durch den relativen Zellbezug. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend möchte ich auch das nochmal löschen. Und wir müssen jetzt hier dafür sorgen, dass wir das wirklich komplett fixieren. Also wir wollen immer die Zelle A12 haben. Sowohl die Spalte E als auch die Reihe 12, sodass das eben nicht verrutscht. Dazu müssen wir jetzt natürlich vor unsere Spalte und vor unsere Reihe ein Dollarzeichen schreiben. Ich beginne vor der Spalte, schreibe also vor mein E hier ein Dollarzeichen. Und dann gehe ich eins nach rechts, dass ich vor meiner Zahl stehe. Und auch hier möchte ich das Dollarzeichen einfügen. Bestätige das Ganze einmal mit der Enter-Taste. Und dann sehen wir, dass wir hier weiterhin richtig 900 bekommen. Jetzt kann ich hergehen und das Ganze einmal nach rechts kopieren. Und wir sehen, da wir hier immer 1000 haben, ist natürlich die Einsparung immer die gleiche. Wir bekommen überall 900. Und genau diese selbe Formel kann ich jetzt für alle anderen Werte, also nach unten und nach rechts hier auch einfügen. Ich gehe das Ganze also einfach einmal komplett durch, drücke überall einfach STRG-V, um das Ganze wieder einzufügen. Und damit kann ich jetzt diese Formel nutzen und bekomme immer genau die richtigen Werte. Wenn ich jetzt also auf irgendeine Zelle doppelt klicke, dann sehe ich, okay, Internet, Februar 2022. Wir nehmen auch hier oben Internet und Februar 2022. Das sind die 40. Und ich nehme aber immer ganz fixiert meine Zelle E12 hier. Mit dem absoluten Zellbezug, mit Dollarzeichen, Vorspalte und Vorzahl. Das sind relative und absolute Zellbezüge in Excel. Ich möchte euch aber auch noch einen nützlichen Shortcut mitgeben, mit dem wir das Ganze so gestalten können, dass wir eben diese Dollarzeichen nicht immer tippen müssen. Denn ich kann, wenn ich mich hier bei einem Zellbezug befinde, wie zum Beispiel bei E12 hier, das Ganze mit einem Tastaturkürzel durchschalten. Und das Tastaturkürzel zum Fixieren dieser Zellbezüge ist die Taste F4, also die Funktionstaste 4. Alles, was ich tun muss, ist diese drücken und dann sehen wir, dass das Ganze durchgewechselt wird. Ich drücke einmal F4, dann haben wir noch unsere Reihe fixiert. Ich drücke nochmals F4, dann haben wir jetzt unsere Spalte fixiert. Wenn ich nochmals F4 drücke, haben wir eine relative Zellreferenz. Und wenn ich von dieser ausgehend einmal F4 drücke, dann haben wir eine absolute Zellreferenz mit fixierter Spalte und fixierter Reihe. Ich kann das mit Enter bestätigen und wir bekommen wieder unser richtiges Ergebnis.